hey die masken sind endlich angekommen aber man kann es so schlecht lesen also selbst wenn man die auf hat kann man es eigentlich nicht wirklich gut lesen da steht jetzt zum beispiel drauf jesus loves me kann man nicht lesen und dann habe ich hier noch eine andere maske da steht drauf 100 prozent veggie weil ich tiere mag kann man auch nicht lesen beide masken sind für annika und dann habe ich mir gedacht was kann man da tun da habe ich mir mal so eine dose genommen wo süßigkeiten drin waren den rand abgeschnitten und dann haben wir so einen rand und den rand den habe ich dann nie masken getan und dann sieht das ganze so aus also da steht dann halt jesus lebt mich drauf jesus lebt das glaubt wird selig drauf und hier haben wir noch eine maske da steht drauf du bist wunderbar gott sei dank und mit diesen masken werde ich mal einkaufen gehen und schauen was passiert ich wünsche jetzt gottes segen und wenn du dir irgendwo kaufen willst dann findest du vielleicht unten einen link in den einen shop link irgendwo in der beschreibung